Der freundliche Luftkurort am wärmsten See Oberbayerns, Waging am See. Ein heimeliger Winkel im Salzachtal tut sich auf, wo Sie den Urlaub mit der ganzen Familie genießen können. Das Land und seine Leute lernen Sie am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad kennen. Immerhin hinterließen hier die Kelten, Römer und vor allem die Bayouwaren ihre Spuren. Wie hätten Sie es denn gerne? Faulenzen ist zwar erlaubt, aber Waging am See bietet so viele Möglichkeiten an, dass es tatsächlich schwer fällt, Nein zu sagen. Warum auch, wenn Angeln, natürliche Uferregionen oder Surfen so viel Spaß machen. Durch Wandern über Felder und Auen helfen Sie Ihrer Gesundheit auf die Sprünge. Über 200 Kilometer markierte Wanderwege halten Sie auf Trab. Wem es mehr zum sportlichen Zeitvertreib hinzieht, darf sich nur bedienen. Schnell sind Gleichgesinnte gefunden, auf dem Platz, mit dem Ball, seine Teamfähigkeit unter Beweis stellen oder romantisch auf den Wogen gleiten. Gestalten Sie den Tag nach Ihrem eigenen Geschmack. Wer Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, wird dies genauso finden wie sportliche Geselligkeit in der Gruppe. Urlaub ist das, was man daraus macht. Auch in Sachen Gesundheit. Hier gilt, organisiert oder frei. Hauptsache, Sie sind dabei. Durch die ersten Ansiedelungen der Bayou-Waren verschmolzen handwerkliches Geschick mit der Religiosität der Menschen. So entstanden zahlreiche prunkvolle Kirchenbauten. Sie laden vielerorts zur Besichtigung an. Künstlerisches und handwerkliches Schaffen bringt uns das Bayou-Waren-Museum in Waging näher. Durch zahlreiche Ausgabungen und Funde wird Ihnen ein klares Bild darüber vermittelt, wie hier die Urväter gelebt haben. Ausführliche Beschreibungen und interessante Exponate ermöglichen Ihnen einen faszinierenden Einblick in die Zeit des frühen Mittelalters. Das Siegelbauersche Spezialmuseum im Untergeschoss der Touristinfo in Waging besticht durch 280 ausgestellte Vögel und Säugetiere. Auf rund 80 Quadratmetern sind die Tierpräparate übersichtlich in acht Themengruppen und Lebensräume geordnet. Und was es mit dem Spruch Herz ist Trumpf auf sich hat, erfahren Sie dann auch gleich zu Beginn Ihres Urlaubes im Ruperti-Winkel. Auf bald! Zwischen Salzerstrand und Alpenrand.